Die Sportgruppe der Prelat Michael-Taller-Schule in Abensberg bedankt sich bei den Sponsoren, die das Trainingslager möglich gemacht haben. Vielen, vielen Dank, es war super! Die Sportgruppe der Prelat Michael-Taller-Schule in Abensberg rückte für zwei Tage zum Trainingslager nach Regensburg an. Es sollten unvergessliche zwei Tage werden. Station 1 war das Westbad in Regensburg. Organisator Armin Wolf erklärte die Abläufe. Mit Susann Bogenberger und Michelle Friedrich standen zwei ausgebildete Schwimmtrainerinnen für die jungen Athleten zur Verfügung. Nach dem intensiven Aufwärmen gab es die ersten Geschenke. Schwimmbrillen und Badekappen wurden verteilt. Danach ging es endlich ins Wasser. Wie kam das Trainingslager eigentlich zustande? Ich habe eine Anfrage bekommen von der Prelat Michael-Taller-Schule aus Abensberg. Und da gibt es eine Sportgruppe, das sind zwölf Jungs und Mädchen. Und die wollten einmal in ihrem Leben ein echtes Trainingslager wie die Profis absolvieren. Und wenn Kinder zu mir sagen, sie haben einen Lebenstraum, habe ich mich natürlich herausgefordert gefühlt. Das Schwimmtraining war anstrengend, machte aber auch Spaß. Musik Zum Abschluss ging es nach einer Stunde noch ins Wellenbad. Trainerin Michelle Friedrich war hochzufrieden. Also wir haben einige Profis dabei, die könnten in Rio schon teilnehmen, haben wir vorhin schon spaßenshalber gesagt. Es sind wirklich ganz große Talente dabei unter den Kindern. Und man sieht, die wollen das und die sind mit Motivation dabei. Danach wurde ins Teamquartier eingecheckt. Im Drei-Sterne-Superior-Hotel Ibis Styles war alles bestens vorbereitet. Auch die Zimmerverteilung war schnell geklärt. Wir unterstützen die Armin-Wolf-Laufgruppe. Das ist nicht die einzige Sache, die wir mit Kindern machen und die wir unterstützen und ein Sponsoring für machen. Weil wir finden das einfach gut. Und vor allen Dingen haben wir ein Herz für Kinder. Das ist auch das Motto von Ibis Styles. Nachdem die Zimmer bezogen waren, sorgte Kontinentalpressesprecher Christopher Bach für eine große Überraschung. Ausrüstung wurde verteilt. Als die Anfrage vom Armin-Wolf gekommen ist, muss ich sagen, war für uns als Kontinental sofort klar, dass wir das Thema unterstützen. Warum? Für uns kommen hier viele wichtige Themen zusammen. Das eine ist soziales Engagement. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sich so stark für diese Themen engagieren wie unser Armin-Wolf. Das zweite Thema ist Inklusion. Inklusion ist ein Thema, das ist uns sehr wichtig. Wir machen sehr viel in dem Bereich. Und nachdem hier beide Sachen zusammengekommen sind, einmal das Thema soziales Engagement auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Thema Inklusion, war es für uns ganz klar, dass wir hier unterstützen. Gestärkt mit Kaffee und Kuchen ging es zur nächsten Trainingsstation in den Reebok Fitness Club. Nach der Anmeldung und dem Warm-up stand ein knallhartes Zirkeltraining auf dem Trainingsplan. In drei Vierergruppen wurde geschuftet ohne Ende. Alles unter Anleitung von Cheftrainer Alex. Auch hier war für die Sportgruppe alles kostenlos. Wir stellen unseres zur Verfügung, weil, wie wir schon im Vorfeld gesprochen haben, es ist auch unsere Herzensangelegenheit, die Kinder unser Studio zu zeigen und einfach im Fitnesssport etwas nahe zu bringen. Nach dem Zirkeltraining ging es an die Kraftgeräte. Brust, Latissimus, Bauch, Beine, alles wurde gestellt. Wieder zurück im Hotel gab es einen Motivationsvortrag. Ironman Sebastian Koschel, der sich genauso wie Extremsportlerin Holly Zimmermann zusammen mit drei Betreuern der Schule im Trainingslager um die Sportler kümmerte, begeisterte die Gruppe. Schilderungen seiner Sportlerlaufbahn und Tipps, wie man sich motivieren kann. Das alles wurde richtig aufgesogen. Nach einem üppigen Abendessen war Tag 1 des Trainingslagers beendet. Nach dem Frühstück ging es zum Lauftraining auf die Bezirkssportanlage. Zur Verstärkung des Trainerteams war der Kapitän des Armin-Wolf-Laufteams, Armin Peetz, dazugestoßen. Er beriet sich gleich mit Holly Zimmermann, wie hoch die Belastung sein darf. Kommt Leute! Auf geht's! Einlaufen und Koordinationsübungen. Die Beine hinten rauf, die Beine vorne rauf. Die echte Profis wurde trainiert. Beim Leistungstest holten alle alles aus sich heraus. So, ich lebe mich fertig weg! Danach wurde besprochen, wie das optimale Lauftempo jedes Einzelnen auszusehen hat. Denn die Gruppe will beim 100-Kilometer-Lauf in Kelheim starten. Und da braucht man Durchhaltevermögen. Trainerin Holly Zimmermann war stolz. Es hat mir viel Spaß gemacht, besonders die Kinder zu beobachten. Die haben auch Spaß bei dem Sport. Und mitzumachen, ich finde, ist eine große Ehre. Die Kinder haben Spaß, ich habe Spaß. Und sie lernen was. Und jetzt sind sie vorbereitet für ihr Rennen in Kelheim in zwei Wochen. Und es ist nur ein Win-Win für uns alle. Ein Gruppenfoto darf beim Trainingscamp natürlich nicht fehlen. Zum Mittagessen gab es ein großes Nudelbuffet. Danach wurde ausgecheckt und der letzte Höhepunkt des Trainingslagers sollte folgen. Hier mussten aber andere sporteln. Denn die Gruppe besuchte das Spiel des SSV Jan Regensburg gegen Rot-Weiß Erfurt. Im Stadion angekommen, gab es gleich mal Besuch von Jan Maskottchen Jani. Sogar Stadionsprecher Christian Sauerer begrüßte das Team der Prelat Michael-Taller-Schule. Und dann wurde mitgefiebert. Mitgezittert. Mitgelitten. Und beim 1 zu 0 in der 90. Minute mitgejubelt. Zum krönenden Abschluss kam auch noch Jan-Spieler Marvin Knoll. Ein paar Minuten zu den jungen Fans. Und dann war das Trainingslager vorbei. Ja, zwei Tage Trainingslager mit den Jugendlichen. Gute Vorbereitung mit dem Profi Armin Wolf. Die Durchführung war 1a. Der Abschluss der Jahren hat gewonnen. Es lief alles wie am Schnürchen. Ich kann nur sagen, man braucht nur in die Gesichter der Jugendlichen schauen. Und es sagt alles aus. Zufriedenheit. Motivation hoch 3. Begeisterung. Glücklich sein. Begeisterung. 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 corn delegiquer. Gillen быть in die Son. Angelegen recommand. Es geht an der Judge. Und wenn es. Aber die sind. John czasie lang nicht mehr Verbre tabs. Sog ruhig sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.